Ein Ford Fiesta ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in den silbernen Fünftürer Platz. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, Einparkhilfe und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,3 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017